Magdalena, 내 색연필 어디에 있어? Magdalena, wo sind deine Buntstifte? 내 방에 있어, 책상 위에. Sie sind in meinem Zimmer, auf dem Schreibtisch, wo 찾게 있어? Ich finde sie nicht. 내 컴퓨터 옆에 있어, 스탠드 앞에. Sie sind neben meinem Computer, vor der Lampe. Ah, 여기 있구나. 내 Pen은 어디 있어? Oh, ja. Sie sind hier. Und deine Stifte, wo sind sie? 내 침대랑 책장 사이에 있는 서랍장 아래 서랍에 있어. Sie sind im unteren Fach vom Kasten, zwischen meinem Bett und Bücherregal. 고마워. Danke. 내 씨를 looking for the Unkill.